Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute wird es richtig geil. Es ist gerade sehr, sehr früh und wir werden uns heute mit zwei Personen treffen, die ihr auch schon kennt. Hast du schon Bock? Mega. Jetzt gerade haben wir 6.25 Uhr. Wir fahren in den Heidepark und schauen, wer länger im Freizeitpark aushält. Ich bin richtig gespannt, wie es wird. Einmal Calvin, unser Land. Hello. Lange nicht mehr gesehen, letztes Mal auf Teneriffa. War richtig geil. Wir machen heute eine Challenge. Wer länger hier aushält im Freizeitpark. Habt ihr Bock? Ja, da gewinnen wir wieder. Kommentiert, was ihr denkt, wer gewinnen wird. Der Gewinner bekommt übrigens 1.000 Euro, was übrigens richtig geil ist. Wir dürfen vor Parköffnung fahren. Wir hatten noch nie den Heidepark für uns alleine. Ey, hier ist einfach, wir haben einfach die ganze Bahn für uns. Die ganze Bahn da hinten. Okay, ich hab ein bisschen Schiss. Erste, letzte Bahn. 2, 1, 1, 2. 1, 2, 1, 3. Bravo, 3, 1, und endo! Zweite Fahrt. Haare. Jogi, also noch ein paar Mal und wir können wieder raus. Machen wir jetzt Pause? Wie Pause? Was Pause? Ich kenn keine Pause. Wer als erstes schreit, hat verloren. Also kein Schrein. Also wir beiden werden bestimmt... Schaffe ich? Nein. Du schaffst aus. Meine Stimme ist jetzt richtig tot. Kann ich mir komisch an? Doch, du hörst komisch an. Scheiße. Du bist doch korrekt. Es ist ungewöhnlich. Round 4. Und als nächstes, erst letztes kotzt. Ich will ja nicht sagen, du hast drei Brötchen gefrühstückt, ne? Ich eins. Das ist ja eigentlich in der letzten letzten Reihe. Ja. Der platzt noch voll kalt. Hört ihr das? Es biebt. Es biebt. Es biebt. Oh Mann, Schatz. Wir haben es geschafft. Wir haben es alle geschafft. Alter, stopp. Nein, du nicht. Alter, okay. Mir ist schon ein bisschen schwindelig. Das war die leisteste Achterbahnfahrt überhaupt. Ja. Wie geht's dir? Gerade drei von zehn. Wirklich. Ja. Ein sehr stabiler Anfang. Junge, es ist halb zehn. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Ohhhh. Das stimmt nicht. Ohhhh. Der war knapp. Ohhhh. Ohhhh. Ich mach mehr Versuchung. Oh, ich dachte schon, der wäre drin. No. Der kommt zurück. Ohhhh. Komm jetzt. Einer noch. Der ist drin. Ja. Ja. Wir haben es halb elf. Ich will gerade auf die Suche nach irgendwas zu trinken. Okay, Wasser gefunden. Halt mal kurz. Calvin, Scherisch, Papier bezahlt. Scherisch, dein Papier. Dankeschön fürs Wasser. In der Bahn sind Chris, ist das nicht drin. Chris, ich reib mir gerade. Die reparieren das jetzt. Ich weiß nicht, wo ich sie da reingeschickt habe. Wieso sind die beiden? Ob die noch wiederkommen? Egal, machen wir einen Männerabend. Sieben, Sieben, Sieben. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Was hinten, die hat noch. Oh mein Gott. Wie geht's euch? Gut. Wie war es? 1 bis 10? Sieben. Hast du eine lockere Schraube gefunden? Nee, da musst du das nachschrauben. Ach so, oha. Die waren ne 10. Chris, wenn nicht du wäre, würde ich rausschreiben, du stinkst. Damit fahren wir gleich auch noch, ne? Nächster Stopp. Irgendwelche Automaten. Hier gehst du jetzt rein? Alter, was gibt's denn hier alles? Der wär geil. Den würd ich gern haben. Hier, 2 Euro. Was muss ich machen? Mario rausbekommen. Ja. Ja. Oh, ganz krass. Wow. Oh, du hast es. Ja, und, und? Ey, das war richtig knapp. Einmal musst du noch. Nee, du, du bist besser als du. Ja. Und? Hä? Nein. Hier wird geboxt. 10 Euro, wenn du über 950 kommst. Und? Oh, aber ey. Richtig gut. Passiert nix. Hä? Irgendwie muss das Geld hier runtergedrückt werden. Das wird aber nix. Nächster Versuch. Oh mein Gott. Das ist ja wie für uns gemacht. Gibt's hier Piesch? Piesch! Ich werd so arm. Oh mein Gott. Chris, ich versuch dir Glück. War knapp. Kleine Stärkung. Probier mal Vegetarier. 7 von 10. Es ist halb eins. Kannst du noch aushalten? Ja. Kannst du noch aushalten? Du weißt nicht, wer diesmal gewinnt. Kannst du aushalten? Klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das eskaliert hier. Oh, okay. Perfekt. Oh, schade. Du brauchst zwei Welle in dem Korb. Dann bekommst du was. Ich gebe aus Chrisie. Das wird teuer für mich. Oh, einer perfekt. Jetzt im zweiten noch bitte. Bitte jetzt bitte, bitte triffst du jetzt bitte. Und, 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 und. Oh mein Gott. Kommentiert mit eurem Lieblings Pokémon. Geil. Boah, den musst du dann auch gut behandeln. Oh ne, der war teuer. Zeit für eine Snack-Pause. Alle Finger rauf. Go, go, go. Oh, bezahlen muss. Oh. Dankeschön. Guten Appetit würde ich sagen. Sieht sehr, sehr geil aus alles. Aber ich bin der einzige Fleisch-Esser. Was seid ihr? Team Veggie oder Team Fleisch? Kommitiert mal. Ey Kevin, bleib mal still, bitte. Yo. Ist das geworden? Boah. Nächster Stopp. Flug der Dämonen. Das ist richtig wild aus dahinten. Ich weiß ja nicht. Ist die heftig oder nicht? Nö. Nein? Auf diesen. Anfass in das Mittel soll ich sein. Ich hab das gern gemacht. Du sagst, ich hab ein bisschen Angst. Ich sag mal gleich wie es war. Richtig geil. Wie fandest du's? Ja, war gut. Wir konnten noch zwei Mal hintereinander fahren. Geht auf den Laden. Boah, so langsam wird mir ein bisschen übel. Egal, wir machen weiter. Yeah. Shish, man. Cool seht ihr heute wieder aus. Danke. Habt ihr einfach von einem Zuschauer zwei so eine Tintenfische bekommen? Aber beide sind wie traurig. Yeah. Näher ran. Willkommen in der Wildwasserachterbahn. Bah, Digga. Ah. Es regnet. Oh nein. Nein, das ist ein Wasserfall. Ah. Ah. Okay. Ah. Ah. Oh mein Gott. Ah. 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 Wir gehen jetzt nämlich in die da hinten rein. Die soll richtig krass beschleunigen. Ich bin gespannt. Zehn Minuten nur. Ah. Hast du Bock? Ich hab ein bisschen Angst. Da gehen wir jetzt rein. Angst? Ich weiß noch nicht. Kannst doch abbrechen und rausgehen. Meine Stimme irgendwie komisch. Wie war's? Zehn von zehn. Wie war's? Zehn von zehn. Wie war's? Sieben von zehn. Kleines Tagesupdate. Ich muss sagen, langsam. Ich bin richtig K.O. schon, ne? Wie ist es bei euch? Ja. Willst du losgehen? Wir müssen wieder eine Rundstück langschung spielen. Nächster Snack. Schmeckt's? Wir sind auf dem Weg zur Tisch schaukeln und haben irgendwie was anderes gefunden. Wir müssen immer mal Frauen nass machen. Das war krass. Die sind ja richtig auf Undercover hier. Und durchsichtig. Blond. Mach doch weiter. Kämpfen! Oh nein, die Arme. Ist okay. Das ist so gemein. Der ist so, ich will nicht mehr. Wir haben ein Problem. Mein Handy ist komplett leer. Christi, darf das haben? Nein. Das war's jetzt mit diesem Video. Ciao. Die ganzen Achterbahn fahren mittlerweile schon nicht mehr. Wir bleiben allerdings auch am Tag. Wir gehen auch langsam allerischem Ausgang. Das ist so leer hier langsam. Voll krass. Ist das jetzt schon mal ein Versteck, wo sie bleiben kann gleich? Kann ich mehr. Kann ich zum Auto gehen? Einfacher als gedacht? Kann ich auch mein Handy haben? Warte, ich geb dir meins. Im Autos Powerbank. Jetzt müssen noch die anderen beiden raus. Damit wir zum Finale kommen. Dann müssen wir Schere-Stein-Paket machen. Okay. Nacken, schnuck. Schnick, nacken, schnuck. Ja! Du bist raus! Das wird ein Kopf an Kopf. Kannst ja zu Christi gehen. Machen wir auch eine Schiene? Nein. Wir gehen zum Boxautomaten. Zum Boxautomaten? Wer mehr Punkte macht, hat gewonnen. Let's go. Euro kommen rein. Oh mein Gott. 700. 707. Das muss jetzt toppen. Okay, leg los. Ich muss mich aufnehmen. Oh nein. Das ist... Ohohohoho. 78. 707. Ich bin am Arsch. Kevin. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Sehr geil. Vergesst nicht, bei Kevin vorbeizustellen. Dann haben wir noch einen zweiten Part aufgenommen. Wenn ich du wäre. Und dann will ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao. Tschüss.